hey schluss leute willkommen bei pokémon rot ich bin schluss und heute nur 5 und ja in dieser folge kümmern wir uns weiter mal um diese wiese hier und ihren ganzen trainer finden da hoffentlich das eine oder andere schnuckisch was bist du denn für ein miet magnetilo ok das ist definitiv kein job für katschuppi das ist ein job für sui he can do that wenn ich jetzt noch mal wüsste wann sich hier sui digitiert das wäre ja noch mal was schön zu wissen wann er zum super saiyajin 2 wird ein kleinstein mit super saiyajin frisur wieso stelle mir das vor ich habe übrigens damals als kind schon immer gedacht dass magnetilo typ stahl ist noch bevor es gen 2 gab ergo bevor es stahl überhaupt gab it's weird i know 24 24 wäre nice es ist nämlich nicht mehr so lange schaufler ja stimmt warum kein schaufler ist doch viel effektiver ich dödel oh yeah magneton ok ok der sound den das ding macht ist schon irgendwo creep schon irgendwo creep und das kann donner schocken das hätte eh keine wirkung auf mich so suck it on das ist ja vorher übergesprungen auch scheiße noch ein habitag ja weil das ist das was wir brauchen in unserem leben noch ein tabi hack noch ein taba haki mehr power für katschuppi so dich haben wir noch nicht und ich glaube da oben ist auch noch einer wenn wir die irre noch so mit tool mother fucker und er hat auch magnetilo machte scheiße ok zui go to work oh yeah baby ultraschall weg nimm deinen fixen schaden und schiebe dir sonst wohin zwing mich nicht finale einzusetzen oh katschuppi 21 nice katschuppi wächst und gedeiht ja da sind sogar zwei noch ein frucht seil oh shit komm ich weiß traumator ich weiß du bist hier nimm dein tabi hack weg tabi hack kann mich sonst machen will ich nicht weg volltreffer destroyed traumator ich weiß dass du hier nimmst du fuck off just fuck off du wickelhure aber wir haben ihn verloren make this the first you twat ah wotepal also komm und sui ich müsste kesu mal fragen wie sie das gemacht hat mit ihren tauschentwicklung ich hab da keine ahnung oh tschüss take that ball volto noch magnitilo ja gut süß sush you don't hit but i hit like truck ba 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 und 23 sui wächst und gedeiht auf ihn ist verlass du los so wer bist du jetzt noch oh wer der beste oh shit in Wirklichkeit bin ich der beste aber eigentlich bin ich nur schack ach du bist ein teenager mit noch so nem fucking ratzfratz du mit deinem ratzenfratzen das könnte jetzt weh tun das versteckte item hab ich doch schon hab ich doch eben mitgenommen okay äh quinn gobel quinn 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 Was ist? Radikal, nicht schon wieder den Kram hier. Bäh! Wäh, 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 wäh. Man kommt mir nur so vor, da ist Radikal generell in der Edition noch ziemlich gefährlich. Ich meine, der Schaden ist... Und es weicht aus irgendeinem Grund aus. Ich meine, es ist mir neu, dass das legal ist. Aber okay. Ich müsste das Nugget auch mal verkaufen. Oh, schlug Fehl, ey. Oh, schlug... FAPAM! Whip das Gesicht weg. Das ist eine felle Radde, was erwarte ich. Stimmt eigentlich. Ich muss mal Pokémon mehr trainieren. Ich muss mal wieder speichern, just in case. Just in case Bullshit happens. Was haben wir denn hier überhaupt? Außer ein Typ, der seinen Job scheiße macht. Du schaust durchs Fernrohr. Der Einzige, wenn er zu der Chitana Lavinia führt durch den Felsstunnel. Ich suche nach Nidorino. Tauschen wir gegen Nidorina? Heratek! 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 Ich weiß nicht, was immer alle gehen, die Musik aus Lavandier haben. Ich finde die Musik nice. Sagen wir mal ganz ehrlich. So schlimm ist die jetzt auch wieder, ey. Ich meine, es ist nur Bring alle It's so adorable. Es ist ein Fulcano, es ist so knuffig. Und es hat versucht, meine Queen anzuzünden. Mit einem Feuerzeug. Hier, hab Bubbles. Bäh. Ich meine... Es ist schön, dass ich eigentlich ein Wasser-Pokémon habe, obwohl ich kein Wasser-Pokémon habe. Wulpix, uh. Oh Gott, Wulpix. Mein Beileid. Du siehst ja mal aus, als wäre dir was passiert. Also, du siehst echt aus wie ein überfahrenes Hündchen. Das muss man leider mal adressieren. Unsere Queen brennt. Das ist ganz toll. Oh, hab ich nicht kommen sehen. Gott, wie viele Tränen habe ich hier übersehen. Wie viele von euch Deppen habe ich hier übersehen. Gott, das will. Vielleicht noch heute mit dem Schiff anfangen. Ah ja, für die Arbeit vorbei. Aber ich esse mal ein Po-Rietum. Gucke schnell noch zu. Das ist Alex. Das ist 100% Alex. Hey, Dude. Ja, Blubstrahl funktioniert auch so, bitch. That's what you get. Oh, Kachupi-Level trotzdem. No one can stop that Kachupi. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen scheiße, wenn ich das mache, aber... Ach, Gobbel schafft das. Ich vertraue, Gobbel. Whip that shit. Das war dumm von mir. Ja, das ist sehr doof. Ähm... Ja, überlassen wir das der Queen. Die Queen schafft das. Die Queen schafft alles. Okay, das wiederum könnte jetzt ein bisschen kritisch werden. Das ist jetzt... Das ist jetzt... Ultra-Kack. Nicht mehr verwirrt. Immerhin. Yo! Amateur! You fool! Und Gobbel ist 22. Sehr schön. Versucht Giftpuder zu erlernen. Wer ist der Gobbel? Ist immer noch besser als Heuler. Wird so dumm, weil ich keine Milch zu holen, weil ich nicht los muss. Alter! Alex! Du-du-da-du! Du bist der jassisch-mache Po- Alter! Chill! Du gehst dafür, dass deine Pokémon scheiße sind, dude! Alter! Ähm... Ich hasse schwache Pokémon! Äh! Ich hasse Milch, weil ich scheiße will! Oh, du Scheiß, ey! Alles wegen Rüdiger. Nur weil er zu dumm ist, seine Kanne Milch zu holen. Dieser... Äh... Oh, stimmt. Den Dictatunnel, den hab ich ja ganz vergessen. Den gibt's ja auch noch. Da müssen wir auch noch durchfetzen. Stimmt, ey. Ich muss mir ein Pillerman-Pokémon holen. Ich muss. Ich... Es geht ja gar nicht anders. Und ich würd' sagen... Überlassen wir das Gobbel. Ja, Gobbel. Gobbel schafft das. Ich hab grad so... Wieso entwickle ich jetzt mittlerweile Vertrauen in Gobbel? Ich hab keine Ahnung. Was ist los mit mir? Ah, cool. Äh, mindestens zwei Leute, wär das hier der perfekte Trainingsort. Volltreffer. Gobbel, was kannst du eigentlich? Äh, 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 äh. Ich bin mit ganz normalem Deutsch aufgewachsen. Dieses hier... Dieses, äh... Weißt du, das Hamburger, das hab ich mir selber beigebracht. Weißt du? Okay, das ist schlecht und ergreifend too strong. Okay, ich hab's schon begriffen. Ge-ge-ge-ge... Ach ja, Nucket muss ich auch noch verkaufen. 22? Okay, du hältst ja wohl... Okay, Tschüss. Du, äh... Boah. Okay. Du bist special, mein Freund. Und leider tot. Schade. Bist du auch so ein hohes Level? Nee, komm. Nee, du bist es wieder nicht wert. Du bist es wieder nicht wert genug. Weißt du, das andere wäre es gerade wert gewesen, aber... Rankenheap macht zu viel Damage an deinesgleichen. Von daher... Äh, falls du diese Stocken ja furchtbar und gruselig. Und ich will mir mal ein blitz und Licht sorgen mit. Boah, scheiße. Ich fang mir ja das Dick da. Ich geh da ja gleich wieder hin. Wir gehen ja gleich wieder da hin. Ich will doch mal gucken, was hier ist. Ja, hier ist doch genau. Hier ist doch Haus. Oh, mein Pokémon auch scheuer. Was bist du für ein Lutscher? Ich suche nach Abra. Schaust du gegen Pantymos? Ja, ich hab kein Abra und ich hab kein Pantymos. Ich hätt gern... Nein, ich hätt gern kein Pantymos. Deswegen... Was soll ich mit nem fucking Pantymos? Jesus, was soll ich mit nem Pantymos? Alter, das... Äh. Was soll ich mit nem fucking Pantomime? Einundzwanzig. Oh, du. Oh, yes. Würde ich nur ein bisschen runterkriegen. That's perfect. Du bist auf nem guten Stufe. Du bist ein guter Jahrgang. Das könnte schon kritisch werden. Yes! Yes, man! Dieses Pokémon lebt nem Meter unter der Erde. Frist Rutz und bekommt seltener die Oberfläche. Oh, nehmen wir's Kars, Wamura, Ishi Deshi. Oder nehmen wir's einfach der... Der Pillar Man. Bin nenn's einfach der Pillar Man. Bin nenn's Pillar Man. Ups. Ups. Pillar Man. Eieieie! Okay, gut, sorry. Mach der Gewohnheit. Ich weiß nicht, ich kann einfach nicht anders, als wenn ich sowas seh, den Film dazu abzuspielen, you know? Das ist immer ganz ungesund. Sorry. Manchmal kann ich einfach nicht anders. Oh, du bist mal ne Nuss. Okay, weil er Heuler gemacht hat vorher. Alter, du hätt's eigentlich, ne? Ey, Karamba, so viel Erfahrung, ey. It's another dick, da. Another one bites the dick. Ey, mein... Wie genau das? So, komm. Äh, 23, äh, 23 kriegen wir Gobbeln noch hier. Yay! Mittlerweile sind seine Werte ja gar nicht mal so schlecht. Also davon mal abgesehen. Level 16. Oh, ich guck mal, vielleicht kann ich ja hier noch... Oh. Holen wir für die Queen hier noch ein Level raus? Komm, für die Queen holen wir hier auch noch ein Level aus der Diktorhöhle. Why not? Alles für die Queen. Ja, Diktori ist selten, soweit ich weiß. Also Diktori hat hier eine sehr seltene Drop-Rate. Soweit ich mich erinnere. Aber ich hab damals selber mal eins gesehen. Und sogar gefangen, wenn ich mich nicht irre. Und das fand ich immer super cool. Deswegen, äh, so ein Style. Eieieie! Krieg ich überhaupt keine Copyright-Probleme dafür oder so? Ups. Oh, shit. Ja, stimmt. Das Ding ist Level 29. Das Ding ist sogar super mächtig. Das Ding ist voll gefährlich, ey. Scheiße! Oh, shit! Oh, shit! Aber die Queen! Die Queen! Eieieie! Oh, mein Gott! Wenn das Ding, ne? Oh, mein Gott! No! Die Queen sagt sich, hier ist nur Platz für eine Königin. Oh, mein Gott! Scheiße! 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 Wenn Enter ne Kopfschmerztablette kriegt, it will fucking implode! Sein Hirn zieht sich einfach nur zusammen und implodiert. Ach, das ist mein übliches Glück. Das bin ich gewohnt. Das kenn ich schon. Ich kenn das gar nicht anders. So ein Shit passiert mir oft. Ja, und ich weiß genau, da ist hier, da wär so'n komischer Truck, wo man rein könnte, wo irgendwo merkwürdig ist. So, jetzt die ganzen Räume hier abgrasen. This is gonna be fun. Oh, der hat nen Fukano! I want that Fukano! I want that Kafuno! Buffen, buffen, buffen! It's dead. Ich mein, ich hab hier so meine drei Meme-Songs direkt, äh, auf dem Desktop, also von daher. Ja. Ich bin so einer. Ich kann mir kein Soundboard leisten, also hab ich einfach nur Meme-Songs auf meinem Desktop. Für schnellen Zugriff. Oh, wenn ich nur ein Soundboard hätte, ne? Alter, die Welt wär ja nicht mehr dieselbe. Du Rotzenei, wann fällt dir ein? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nidoran, ja gut. Guck, wie sieht hier Body-Slam- Body-Slam! Die Queen schmeißt sich einfach ihrem Opfer nur entgegen. Das Soundboard auf Steam? Ich glaube mal fünf... Wat? Da gibt's ein Soundboard? Das hör ich jetzt gerade zum ersten Mal. Aber ich bin gewillt, mehr darüber zu erfahren. Äh, kann ich mir denn quasi... Äh, Shortcuts auf meiner Tastatur für Sounds machen? Das gibt's? Äh, wenn ja, dann muss ich nachher mal auf Steam gucken. Das klingt witzig. Aber, aber, ganz schön gut. Aber, na. Aber gut, dass der Gentleman so viel Kohle bei sich hat. Das ist so... Ja, da kann ich... Boah, ein Stückchen Torte. Das sieht ja aus wie ein fucking Tortenbringer, oder was? Du Bilbo. Er war immer mit Knuddelhoff. Dein Knuddelhoff ist aber scheiße. Oh, Wolf Wunderf... Wir sitzen immer noch hier. Soundpad, 499. Ja, okay. Ich weiß, was ich mir nachher holen muss, wenn der Stream vorbei ist. Das... Der sounds awesome. Heißt Soundpad... Äh, das wäre... Da gucke ich nachher. Da, das... Äh... Wenn das nämlich, äh... If this is true... The world as we know it will end. Wenn ich die Macht habe, Audio-Spams zu benutzen, ne, dann ist Sub ein duster. Weil ich habe mehr als genügend Sounds, die ich dafür verwenden kann. Ich meine, es macht ja eigentlich auch Sinn, das Ganze mit Tastatur-Shortcuts zu machen quasi, weil... Überleg mal, technisch gesehen ist ein Soundboard nichts anderes als genau das. Shortcuts für Sounds. Sofern ich das richtig sehe jetzt. Rockzocki! Oh yeah, und Katschuppi rockt mit. Sehr schön. Nein, ich habe die ganze Welt im Pokémon-Bereich. Shit. Der blockiert ihr jetzt voll... Oh, geil. Der blockiert ihr jetzt voll den Sichtfeld. Und es ist auch noch ein T-Nager. Mit dem Nidoran. Fuck off, Peasant! Alter. Nidoqueen, ne? Ich glaube, das ist das Pokémon in diesem kompletten Run. Möchte ich nur mal so behaupten. Killerqueen ist, glaube ich, echt... Ja. Aber wir müssen Sui ein bisschen leveln. Aber Katschuppi braucht auch noch ein bisschen. Von daher... Aber Sui wird nachher in Dings ziemlich praktisch sein. TM8. Ich habe immer noch das Dings nicht verkauft. Ich dödel. Ähm... TM8. Bodyslam. Hehehehe. Katschuppi kann... Alter, jeder kann Bodyslam hier in dem Raum. Selbst Gobbel. Das ist schön für dich. Aber wir machen jetzt erstmal den nächsten Part. Und das sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Fäll-Lock. Bäh! Bäh! Untertitelung des ZDF, 2020